Hallo, guten Tag, mein Name ist Dr. Jens Seifert. Ich bin Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und mein Spezialgebiet ist die Wirbelsäulenschirurgie und die Kinderorthopädie. Ich bin tätig am interdisziplinären Wirbelsäulenzentrum Hohwald, das liegt in der Nähe von Dresden in Sachsen. Ich bin Chefarzt von einem größeren Team von Wirbelsäulenschirurgen, Neurochirurgen, Orthopäden und Schmerztherapeuten. Wir sind spezialisiert darauf, Deformitäten zu behandeln, zum Beispiel die Skoliose oder Rundrücken bei Kindern und Jugendlichen. Wir behandeln konservativ und operativ Instabilitäten und Schmerzerkrankungen der Wirbelsäule und viele andere Probleme der Wirbelsäulenschirurgie. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns.